Oh, etwas unscharftes Bild. Reguliert es nach? Ja, jetzt. Schönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, der 21. November 2016, um 8.47 Uhr. Ich bin relativ spät dran, aber das macht nichts, denn ich fahre heute erstmal, bevor ich zu Bruno Gewünder fahre, ins Büro, werde ich mich erstmal begeben nach Hellersdorf in die Alles-Salomon-Hochschule. Dort habe ich um 11 Uhr einen Termin, Besprechung einer Facebook-Kampagne für einen neuen Studiengang. Und da werde ich hier so gegen, naja, 10 werde ich losmachen, vielleicht auch schon halb 10, mal gucken. Und um 11, wie gesagt, ist der Termin bis 12 und ehe ich dann wieder zurück bin, ist es um 1. Also ich habe da immer einen relativ weiten Anfahrtsweg, aber ja, mal geht das, ist ja nicht jede Woche so. Und im Anschluss an die Alles-Salomon-Hochschule fahre ich dann zurück nach Berlin-Mitte-Schöneberg-Zum-Wittenberg-Platz und dann geht es da nochmal kurz ins Bruno-Güner-Büro für drei, vier Stunden. Eins, also vier Stunden maximal. Jasper hat mir gestern noch geschrieben, gestern Abend, er arbeitet ja jetzt hier in der Bundesdruckerei, das ist ja relativ nah dran bei mir und fragt, ob er nicht früher kommen kann. Normalerweise treffen wir uns ja so 19, 20 Uhr in dem Dreh, aber da er, wie gesagt, hier arbeitet, wird er heute wohl schon 17.30 Uhr da sein. Dann gucken wir mal, wie lang es geht, ob es dann auch bis 9 oder 10 geht oder ob wir dann schon um 8 sagen, so. Wir haben jetzt unsere zwei Folgen geguckt, reicht für heute und dann haut er rein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, werden wir ja sehen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall 17 Uhr spätestens aus dem Büro abhauen, damit ich 17.30 Uhr zu Hause bin. Das Wochenende war gut, sehr verspielt. Am Freitag habe ich Mafia 3 gestreamt und nebenbei Suppe gekocht, das war etwas seltsam. Am Samstag war DSA spielen und am Abend noch ein bisschen zocken für mich. Und gestern habe ich auch wieder zwei Stunden gestreamt und habe dann noch ein bisschen Stream von Silent geschaut. Der hat irgendwie Uncharted 4 gespielt und das ist ja eins meiner Lieblingsspiele momentan, zumindest auf der Playstation 4. Und die Grafik ist beeindruckend. Ja, und dann waren wir noch im Kino und haben Fantastic Beasts geschaut. Und ich muss sagen, der Film war ganz gut. Mir fast ein bisschen zu fantastisch. Nee, ich fand ihn ganz, ganz nett. Und Eddie Redmayne, ja, den kann man ja nicht oft oder lang genug angucken. Von daher war das schon ganz schön. War ein lustiger Film im Harry Potter Universum. Spielt, glaube ich, in den 20er, 30er Jahren. Die fantastischen Tierwesen hat man auch gesehen, sehr viele davon. Da haben sie keine Kosten und Mühen gespart, die zu animieren. Ja, war ein schöner Abend. Und irgendwann um halb elf war ich, glaube ich, wieder zu Hause. Und um elf, viertel zwölf war ich im Bett. Ja, na dann, starten wir jetzt mal in eine neue Woche. Ich werde heute den neuen Spiele-PC bezahlen. Und dann sollte der zum Ende der Woche hier auftauchen. Und dann gucken wir mal, wie das so ist, mit einem, ja, Spiele-Computer rumzuhantieren. Und nicht mit einem iMac. Wir gucken mal. Gut, dann kommt gut in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Und kommt gut durch den Tag. Und ich melde mich morgen vorm Merk wieder bei euch. Also, bis dann. Tschüss.